Ähm, so. Okay. Dann könnte man ja jetzt hier noch. Ganz locker. Scheiße. Weg damit. Und wieder hier. Okay, jetzt machen wir es einfach ein Stückchen höher. Ist ja auch nicht... Das Problem. Das Problem sind jetzt nur diese herunterhängenden... Kobli-Stones. Kobli-Kobli-Kobli! Okay, hier müssten wir mal... Fackeln anbringen. Einmal hier. Und einmal hier. Und einmal hier hinten. So. Und dann müssen wir das hier mal noch dicht machen. Das machen wir am besten so hier. Erstmal. Muss ja erstmal nicht hübsch aussehen. Schönheitsfehler können wir später noch korrigieren. So. Dann machen wir das hier mal dicht. Erstmal. So. Jetzt nehmen wir uns den Redstone. Und bauen das mal weiter hier. Jetzt habe ich gleich einen vergessen. Super. So. Noch in vergessen. Geil. Okay. Jetzt sind wir halt erstmal ganz gut gereicht. Ähm. Machen wir das mal auf. Hier. Das mit der Erde hier können wir sowieso vergessen. Weil das nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle. Aber da kümmern wir uns auch noch später drum. So. Hier kommt die ganze Gülle dann also angefahren. Okay. Was ist das hier eigentlich? Wenn ich das mal fragen darf. Mist. So. Okay. Dann könnte man hier dann noch ein bisschen verkleiden. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um die. Um den Abtransport kümmern. Dann. Man könnte ja auch mal. Ja. Die Musik ist 8-Bit-Style. Ganz klar. Redstone-Torches. Und Repeater brauchen wir. Und zwar setzen wir hier einfach mal eine Redstone-Torche an. Und dafür hier einen Repeater. Und selbstverständlich hier einen Repeater. So. Das funktioniert wunder- günstig. Gut. Sehr, sehr gut. Gut. Die Musik ist ziemlich episch, finde ich. Ähm. Günstig. So. Dann holen wir uns noch mal Eier. Höhöhöh. Haben wir so wenig. Haben wir nur zwei. Haha. Er hat Eier gesagt. Puh. Gut. Ähm. Was wollte ich denn jetzt? Eimer. Haben wir Eimer? Wir haben natürlich keine Eimer. Könnten uns aber auch keine machen. Hmhm. Toll. Da wird's am besten gleich normal Nacht. Na super. Die Sonne ist schon hinterm Berg verschwunden. Das kann ja nur Schlechtes heißen. Ich habe mir übrigens den Timber Mod installiert. Ja. So böse bin ich. Weil unser Name teilweise drin vorkommt. Das heißt. Man nimmt jetzt einfach eine Axt und schlägt nur den untersten Holzstamm weg. Und es fallen alle anderen runter. Das ist besonders für das Let's Play. So werde ich allerdings nicht oft machen. Ähm. Nur. Ähm. Damit es einfach alles hier ein bisschen schneller geht. Weißt du. Und damit das mit dem Holz abbauen nicht so 100 Jahre dauert. So. Alter ich habe hier schon so lange nicht mehr gespielt. Das ist schon wieder nicht mehr normal. So. So. Haben wir gleich noch Samen eingepackt. Hier holen wir uns noch was raus. Was wir dann damit machen. Das werden wir wahrscheinlich abreißen. Aber wir gehen jetzt erstmal rein. Schlafen. Und die Kühe haben sich auch lieb. So. Das sieht auch sehr sehr episch aus hier. Hier ist die ganze Erde drin. Da werden wir uns gleich mal einen Stack nehmen. Komm her. Schalterkohle. Ach. Weißt du was. Wir lassen uns einfach jetzt alles erstmal im Inventar. Gehen erstmal schlafen. So. Und dann wäre es vielleicht noch schön in den Leder zu gehen. Und dann auch mal einen Dschungel wie Jungen zu finden. Aber hey. Wir haben jede Menge Zeit. Also hoffentlich zu Gast. Und ich wollte mir einmal mitnehmen. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. So diplomatisch wie ich begabt bin. Irgendwo man das jetzt sagt. Heutzutage. Reichen zwei Wassereimer oder reichen zwei Wassereimer nicht. Oder keine Ahnung. Ich nehme aber mal nur zwei mit. Weil ich so cool bin. Ja. Und wir rennen und rennen und gehen nochmal ganz kurz hier unten rein. um noch die letzten Teile unserer ersten ganze Maschinenmäßigen Versuche zu probieren. Wieso ist das eigentlich hier auf beiden Seiten offen? Kann man das meiner sagen? Ja. Das ist doch alles. Und dann noch den weg. Und dann noch weg. Gut danke. Hatte ich eigentlich die Zufallswiedergabe angemacht. Yay. Ich muss immer nochmal nachgucken. Weil ich ja hier Altheimer... Ne das ist nicht witzig. Aber halt ein Parking dran. Ich meine natürlich äh... Ja das mal einfach. Ich vergesse es so gerne. Also gerne nicht. Aber ich kann nichts dagegen tun. So, das Rüstung ist halbtot, falls man das tot nennen kann. Liegt hier vielleicht ein Apfelfirks? Das wäre ja ein Traum. Leider nicht. Nur irgendwelche Eis-Zapplinge. Kein Apfel. Naja, ist noch nicht so schlimm. Oh. So, wir brauchen Erde. Da setzen wir hier einen Block hin und hier einen Block und hier einen Block. Und natürlich hier einen Block. Und jetzt setzen wir mal den Wasser ein. Der ist ja schließlich für das Bewässern unserer Filter zuständig. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Gar nicht so schlecht. Nee, gar nicht so schlecht. Okay, das ist schon mal ziemlich gut. Wobei wir jetzt natürlich... Weißt du was? Das machen wir ganz einfach mal. Wir nehmen einfach hier die Reihe weg. Und machen hier einfach noch einmal Feld hin. Damit wir den maximalen Wirkungsgrad erreichen können. Weißt du was? Ähm. Und dann machen wir hier Einbuchtung rein. Fürs Wasser. Schließlich müssen die Waren ja irgendwie transportiert werden. Und hier. Und hier machen wir dicht. So. Wunderbar. Wunderbar ist das. So. Dann machen wir hier noch. Und hier machen wir dicht. Das können wir mal offen lassen. Wobei. Nö. So. Hm. Gut. Dann nehmen wir jetzt den zweiten Wassereimer. Und machen hier hin. Dabei warte mal. Weißt du was? Wir machen uns zwar eben irgendwo hier hin. Ein unendlich rum. Das dürfte ja noch gehen. Eik schon. Wollen wir den einfach hier hin. Eins. Zwei. Drei. Vier. Danke. Nummer eins. Und Nummer zwei. Zack und zack. So. Dann setzen wir hier einen Wassereimer rein. Und hier. Jetzt gehen wir gleich wieder rum. So. Jetzt müssen wir ja 500 Jahre latschen hier. Scheiße. Hätte ich mir mal mehr Eimer mitgenommen. Das wäre halt glaub ich praktischer gewesen. Praktischer. Ah. So. Den. Und dann endlich mal hier. Und dann können wir uns auch hier drüben jetzt bedienen. Diesen. Und diesen. Immer noch den. Und den. Scheiße. Den da. Und dann kriegen wir den hier voll. Nicht? Jawohl. Den und den. Einmal da. Und einmal da. Und jetzt noch einmal hier. Und einmal dort. Schön. Ach ja. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein wahrer Idiot. Scheiße. Nein. 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 Warum? 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 Scheiße. Scheiße. Mann. Ich muss gleich heulen. Warum bin ich so da auf? Jetzt ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich könnte kotzen gerade. Ich könnte wirklich kotzen gerade. Was mach ich denn jetzt? Willst mich doch verarschen!